9 Naturmittel gegen Hämorrhoiden Es ist nicht nur wichtig, mehr Ballaststoffe einzunehmen, um die Darmentleerung zu fördern. Auch die Anwendung lokaler Heilmittel kann sehr nützlich sein, um Beschwerden zu lindern. 10 Naturheilmittel können sehr hilfreich sein, um durch Hämorrhoiden verursachte Beschwerden zu lindern. Hämorrhoiden hat zwar jeder, doch wenn sich diese vergrößern und bemerkbar machen, kann dies sehr unangenehm sein. Die Beschwerden entstehen im äußersten Darmabschnitt, denn hier befindet sich ein kreisförmiges Gewebepolster, das Hämorrhoidal-Geflecht, das wie ein Schwellkörper funktioniert. Wenn sich dieses Gewebepolster vergrößert, kann das sehr unangenehm werden. Meist machen sich dann Symptome wie Juckreiz, Reizung, Blutungen und Schmerzen bemerkbar. Zur Behandlung dieser Symptome empfehlen wir heute verschiedene Naturheilmittel, die sehr nützlich sein können, um dem Problem ein Ende zu setzen. Aloe Vera Die Aloe Vera ist aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile sowohl als Heil- als auch als Schönheitsmittel sehr beliebt. Auch bei Hämorrhoiden kann diese Pflanze sehr hilfreich sein, da sie das Brennende-Gefühl und den Juckreiz reduziert. Darüber hinaus hat Aloe Vera entzündungshemmende Wirkungen, die gegen die Schwellung und Reizung helfen. Mangosamen Auch diese Samen wirken entzündungshemmend und können genutzt werden. Dazu wird der Samen der Mango einfach getrocknet und anschließend pulverisiert. Dieses Pulver wird dann zweimal täglich, jeweils zwei Gramm mit etwas Honig, eingenommen. Koriandersamen Diese Samen sind beliebt, da sie für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Auch im Falle von Hämorrhoiden können sie helfen, die Symptome zu lindern. Die Samen werden einfach über Nacht in Wasser eingeweicht, am nächsten Morgen wird dann das Wasser getrunken. Zu den unangenehmsten Symptomen zählen die Blutungen sowie das Brennen und der Juckreiz, die mit diesen Naturmittel gelindert werden können. Dies ist auf die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften zurückzuführen, die sehr positiv auf den Magen wirken. Mürte Du kannst auch eine Mischung aus Mürte, Mürre und weißer Eiche verwenden, um eine schmerzstillende Salbe herzustellen, die gleichzeitig das Brennende-Gefühl lindert. Mürte reduziert das erweiterte Gewebepolster und lindert die Beschwerden. Die anderen Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend und schmerzstillend. Damit wird der Bereich beruhigt und kann sich allmählich erholen. Bananekalium ist ein grundlegendes Mineral, das in der Banane in großen Mengen vorhanden ist. Zur Behandlung von Hämorrhoiden kannst du ausgekochter Banane und ein bisschen Milch ein Püree herstellen. Damit kann das Brennen gelindert werden, da Kalium die Blutgefäße entspannt und den Druck auf die Venen im betroffenen Bereich lindert. Andererseits wirkt dieses Mineral auch adstringierend, deshalb zieht sich das Gewebe zusammen, auch das Hämorrhidal-Geflecht. Heidelbeeren Du kannst einen Esslöffel zerdrückte Heidelbeeren auf eine Mordbinde geben und diese direkt auf den betroffenen Bereich auflegen. Damit werden das Brennende-Gefühl und die lästigen Schmerzen gelindert. Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Heidelbeeren sind sehr wirksam, deshalb werden diese leckeren Beeren häufig auch bei Darm- und Magenbeschwerden empfohlen. Feigen Dieses natürliche Heilmittel ist sehr bekannt und wird bei Hämorrhoiden oft empfohlen. Du benötigst dafür nur vier Feigen, die du über Nacht in Wasser einweichst. Am nächsten Morgen trinkst du das Wasser auf nüchternen Magen, um die gewünschten Effekte zu erreichen. Eine andere Möglichkeit ist Feigenblatt-Tee. Sobald der Tee kalt ist, kannst du diesen direkt auf den betroffenen Bereich auflegen. Wenn du beide Hausmittel kombinierst, wirst du die gewünschte Wirkung schneller erreichen. Heiße und kalte Umschläge Die Anwendung von heißen und kalten Umschlägen ist perfekt, um das Brennende-Gefühl zu lindern. Du kannst dafür eine Sitzbadewanne verwenden und abwechselnd in kaltem und heißem Wasser baden oder einfach Umschläge anwenden. Der Temperaturunterschied wirkt wie an jeder anderen Körperstelle. Damit können Schwellungen reduziert und die Durchblutung verbessert werden. So kann das Leiden schneller geheilt werden. Schottische Ulme Die schottische Ulme zeichnet sich ebenfalls durch ihre entzündungshemmenden und adstringierenden Wirkungen aus. Es werden einfach ein paar Blätter mit Wasser verarbeitet, um daraus eine Salbe herzustellen. Diese wird direkt auf die Hämorrhoiden aufgetragen. Am besten verwendest du dafür etwas Watte. So können die unangenehmen Beschwerden gelindert werden. Allgemeine Ratschläge, um die Beschwerden bei Hämorrhoiden zu lindern, eine adäquate Hygiene, ausreichend Ballaststoffe und das Vermeiden scharfer Lebensmittel sowie der Verzicht auf Tee, Kaffee und zuckerreiche Speisen können vorbeugend wirken und auch den Heilungsprozess beschleunigen. Wenn du es bereits mit verschiedenen Hausmitteln versucht hast und keine Besserung zu spüren ist, solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Er kann die korrekte Behandlung einleiten, die zusätzlich mit Hausmitteln unterstützt werden kann, um definitiv mit den Schmerzen Schluss zu machen. Er kann die Schmerzen zu machen, um die Schmerzen zu machen, um die Schmerzen zu machen.